Was darf's sein? Ein bisschen Jung für den Barkeeper, oder? Ein bisschen alt für den Abschlussball, oder? Ich hab deinen Job am Start. Fünf Milliarden locker. Also, wann legen wir los? Oh mein Gott, tut mir echt leid. Das war wirklich nur ein Reflex. Du hast keine Ahnung, wer dein Partner ist. Lass dich nicht erwischen. Oh, verdammt. Steckt dir das hier ins Ohr? Hallo? Hallo. Ich kann dich hören, ich sitze direkt neben dir. Nein! Ich kann dich hören, ich sitze direkt neben dir.